Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Ben & Ed. So, wir sind... Ja, acht kommt hin, wenn nichts anderes da ist. Gucken wir mal... Psych Path, eat, eat, eat. Das sieht schon ätzend aus. Ach, du Scheiße. Ich hoffe, hier habe ich erstmal... Ja, hier habe ich... Also, wieder zu weit gesprungen, das kann er ja gut. Unser Zombie-Kollege hier. Sends. Das stimmt doch schon wieder irgendwas nicht, oder? Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Hallo? Das war ein Checkpoint. Kein Guter, aber... Verdammt, wo kommt das? Die Hände zu sehen. Das wirklich? Sieh. 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 Ich weiß gerade noch nicht, wie ich da am besten rüberkomme. So wahrscheinlich nicht. Ich probiere es aber mal. Oder auch nicht. Ja, der Kopf, der ist wirklich um einiges anders als in den anderen Teilen. Da war ich zu schnell. Okay, mit meinem Kopf komme ich da echt nicht rüber, ey. Das ist... Steh auf. Warum springt der denn immer so weit? Der Ochse. Der Ochse. Der Ochse. Ah, der hat nicht gezählt. Okay. Ich habe vergessen, ich kann nicht sprinten. Wie ist das? Ah, der ist ganz schön. Das ist alles. Ich habe vergessen, ich habe viele Sachen. Ich habe gesagt, dass du nicht mehr so weitetren. Ich habe keinen Ort. Ich habe keine Angst, dass du nicht mehr so weitetren. Ich habe den Punkt, dass du nicht mehr so weitetrennt, das stimmt nicht mehr ruhig. Ich habe sie auch mal und esielen. Ich habe sie, dass du nicht mehr so weitestrennt, dass du nicht mehr so weitestrennt. Wunderbar. Das Level ist schon richtig nervig. Waaaahhhhhh. Scheiß Checkpoint, Leute. So. Müssen wir ja mitnehmen, nochmal mal klären. Der war gut. Überlaufen sogar dann nicht. Was ist das Böse? Checkpoint! Machen die irgendwas oder ist es erstmal nur durchlaufen? Hä? Ich weiß noch nicht so ganz ruhig hin muss hier. Boah, wenn diese Steuerung nicht so megamäßig scheiße wäre. Oh Mann! Psychopath! Wer hier wohl der Psychopath ist? Die Spielentwickler! Verdammt! Das kann ja nicht alles gewesen sein, oder? Nein! Ernsthaft? Oh nein! 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 Es ist mir leid Leute, ihr müsst euch das jetzt nochmal anschauen. Oh, und nochmal! Da war ich schon wieder zu... Ah, das schaffe ich! Der hat echt zu viel, weißt du... Der hat echt einen... ...komischen Bewegungsrhythmus, der Kollege. So, jetzt nochmal... ...Vorsicht! Nee! Ernsthaft jetzt? Oh, nee! Das ist doch... Das kann doch nicht deren Ernst sein. Also da drüben ist das Goal. Das ist schon mal... ...irgendwo ein bisschen beruhigend, aber auch nicht viel. Geld ist das ein... Aufscheregen? Oh! 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 Ich möchte mir das jetzt irgendwie nochmal genauer angucken. Nein, guck's dir lieber nicht an. Ätzende Scheiße. Bring'n bitte da rüber. Bleib drauf, bleib einfach drauf. Wir schaffen das, wir beiden. Ich ahne Böses. Das schafft er nicht. Böses Level. Echt Böses Level. Da komme ich ja so nicht hoch, zudem komme ich auch nicht hoch. Das heißt, ich muss es nochmal machen, ne? Ja. Oh, ich wollte grad springen. Das kann ja jeder sagen. Wollte grad springen. Ja. 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 Ja, ja... Wo sind die Viecher? Wo sind die Viecher? Ich verstehe noch nicht so ganz, was ich da mache. Muss ich warten? Muss ich in diesem Lichtschein laufen? Das muss ich erstmal schneiden, uahhh. Auch das noch, uahhh. Oh ne, ey, der denkt sich so ne Scheiße aus, ey. Das ist doch... Uahhh. Uuhhh. So, wo geht's weiter? Da. Alter. Alter, lass mich doch erstmal kurz verschnaufen. Nur dem hier Scheißteil. Uahhh. 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 Ja, ist egal. Ich muss kurz was schnaufen hier. Ihr Nutten, Alter. Das ist ja ungemein. Weißt ja immer nicht, wann er wohin will, wa? Ich muss das im Endeffekt auch noch versuchen zu merken. Na, wo will er jetzt hin? Er bleibt Chihua. Ich hoffe, dass wir das jetzt hier noch schnell durchschaffen. Zum Ende der Folge. Das war jetzt so mein... Meine Hoffnung. Ja, toll. Boah, wieder zurück oder was? Ey. Was für Huren saßen hier dran, ey, und haben das entwickelt. Ein Try noch, sonst muss ich euch auf nächste Folge vertrösten. Ja, wir machen's in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Da kommen wir jetzt leider zum Ende nicht mehr durch. Dementsprechend kleiner Cliffhanger. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann.